Am 9. November 1918 verkündet Reichskanzler Max von Baden die Abdankung des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Am Nachmittag des selben Tages wird vom Balkon des Berliner Reichstagsgebäudes die Republik ausgerufen. Wilhelm II. befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits im belgischen Seebad Spa. Sein Aufenthalt in Berlin war infolge der Novemberunruhen nicht mehr sicher. Doch es wird kolportiert, auch der Aufenthalt in Spa sei zu riskant geworden. Am Morgen des 10. November reist der Kaiser deshalb in seinem Hofzug von Spa ins niederländische Heisten bei Maastricht. Er bittet dort die niederländische Königin Wilhelmina um Asyl. Welche Gedanken und Erinnerungen mögen Wilhelm II. auf dieser Reise begleitet haben. Majestät, Neuigkeiten aus der Heimat. Heimat, wenn es denn noch die unsere ist. Danke. Und ich hätte gern noch einen Kaffee. Sehr wohl, Eure Majestät. Straßenkämpfe in Berlin. Republik ausgerufen. Sie haben es tatsächlich gemacht. Die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Der Kaiser hat abgedankt. Als ob mich jemand gefragt hätte. Das Volk ist undankbar. Deutschland. Ich vermisse die Heimat. Ich werde Königin Wilhelmina um Asyl bitten, sobald wir in den Niederlanden sind. Die Oranier sind uns freundschaftlich verbunden. Ich werde vieles vermissen. Zum Beispiel die grünen Wälder, die bewaldeten Höhen in der Grafschaft Mark. Die Sauerländer waren mir immer treu ergeben. Wie stolz waren die Iserlohner, als ich ihnen zum 200-jährigen Bestehen ihrer Bürgerschützenkompanie die Kaiserfahne überbringen ließ. 1905 war das. Auch schon 13 Jahre her. Damals galt die Fahne des Kaisers noch was. Läge Berlin in der Grafschaft Mark wahrhaft. Es hätte niemals eine Revolution je hin. Im August 1909 bereiteten mir die Bürger in Wette an der Ruhr und in Herdecke, zwei Städte in meiner Grafschaft Mark, einen triumphalen Empfang. Ich war auf dem Weg zur Hohensyborg, um dort auf der 300-Jahr-Feier die Zugehörigkeit von meiner Grafschaft Mark zur Randenburg Preußen festlich zu begehen. Aus der ganzen Umgebung strömte das Volk in die Städte, stand am Straßenrand und jubelte mir zu. Die Kinder schwingten Fahnen mit meinem Bild und dem der Kaiserin gelandten, schmückten den Weg, als unser Konvoi mitten durch die Stadt fuhr. Was für ein Zuspruch war dort spürbar. Was für eine Ergebenheit. Was für eine Zuneigung zum deutschen Kaiser. Die Märkische Kleineisenindustrie stiftete aus Anlass der Kaiserfeier sogar einen Kaiserpokal. Ein imposantes Gebilde mit 300 Eisenstäben, die sich zu einer symbolträchtigen Säule zusammenfügen. Darauf der preußische Adler. Als Ausdruck dafür, dass sich das deutsche Kaiserhaus auf die Märkische Unternehmerschaft stützen kann. Eine anrührende Festgabe. Und was ist jetzt? Der Kaiser, abgesetzt von den Kommunisten, der Kaiser auf dem Weg ins Exil, nur neun Jahre später. Doch, die Sauerländer sind ein traditionsbewusstes Volk. Wissen, was historische Verantwortung bedeutet. Wie weit sind Sie jetzt wohl mit dem Wiederaufbau von Burg Altena? Dieser Landrat von Altena ist ein Mann der Tat. Wie hieß er gleich? Thome. Fritz Thome. Wir haben uns sofort verstanden, als er damals um eine Audienz bat, um mir seine Pläne für den Wiederaufbau vorzustellen. Wo war das noch? Ach ja, im Manöver. 1907. Ich ließ 1907 in Münster ein Manöver abhalten. Und dieser Landrat suchte dort mit mir das Gespräch. Was er mir schilderte. Die Modelle, die er mitgebracht hatte. Ich war begeistert. Ein Mann mit Traditionsbewusstsein. Aber auch mit einer Weitsicht, die in die Zukunft gerichtet war. Er hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie er Burg Altena als mittelalterliche Feste wieder zu Glanz verhelfen wollte. Als sichtbares Symbol für die 300 Jahre Geschichte, die die Grafschaft Mark und das Haus Brandenburg-Preußen verbindet. Es war mal meine Burg. Aber es ist gut, dass sich dieser Landrat und sein märkischer Burgverein der Ruinen angenommen haben. Zuletzt hörte ich, dass sie mit dem Wiederaufbau gut vorangekommen sind. Es ist ja auch eine Menge Geld hineingeflossen. 600.000 Goldmark standen ihnen zur Verfügung. Damit lässt sich was anfangen. Ein Museum sollte auf der Burg eingerichtet werden. Ein Gasthof, eine Jugendherberge. Wahrhaft tatkräftige und traditionsbewusste Menschen. Diese Sauerländer. Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., starb 1941 im Exil in den Niederlanden. Der 1916 abgeschlossene Wiederaufbau im Stil einer mittelalterlichen Festung prägt noch heute das Erscheinungsbild von Burg Altena. Das Museum, die Dauer- und Wechselausstellung laden zu einem Besuch ein. Highlights im Veranstaltungskalender, etwa das Lichtkunstspektakel Glanzlicht Burg Altena, versetzen groß und klein in Staunen. 1914 wurde auf Burg Altena von Richard Schiermann die erste Jugendherberge der Welt eingerichtet. Wie junge Leute dort zu jener Zeit übernachteten, davon zeugen die alten Schlafsäle und Aufenthaltsräume. Die neue, moderne Jugendherberge Altena, immer noch in unmittelbarer Nähe zur Burg, lädt ein, von hier aus das Märkische Sauerland zu erkunden und sich auf Spurensuche zu begeben. Untertitelung des ZDF, 2020